hallo meine lieben ja da bin ich wieder für all diejenigen von euch hier die mir nicht auf facebook und twitter folgen falls ihr das können solltet ihr das tun wenn ihr das noch nicht könnt dann ist es auch nicht so schlimm ja mein schatz und ich waren diese woche wieder einmal in schweden ich habe es mir mittlerweile einfach abgewöhnt immer am montag davor dann ein video zu machen nur um zu sagen dass ich nicht da bin finde ich dann auch irgendwie immer ein bisschen ein bisschen überflüssig deswegen post es in der regel einfach auf facebook und auf twitter dass die leute bescheid wissen dass ich nicht da bin und dass ich in der zeit dann halt auch nichts hier online tut aber nun bin ich wieder da jetzt ist das wetter auch schön als wir heute morgen ankamen war ein fieser nieselregen aber jetzt ist die sonne tatsächlich wieder rausgekommen oben in schweden muss ich sagen was sehr schön sehr sonnig allerdings auch sehr kalt also die temperaturen eindeutig schon unter zehn grad auch tagsüber und ich habe dann auch da den wetterbericht gesehen also so wir sind ja nun da in südschweden nordschweden hat tagsüber schon minusgrade also da ist es schon richtig kalt und der wind ist deutlich frostiger als hier bei uns und der herbst ist eindeutig auch schon ein bisschen weiter also die bäume sind schon sehr bunt oder auch schon sehr entlaubt hier bei uns geht das gerade erst so richtig los ähm ja ansonsten es war ja eigentlich ruhig sehr ruhige fahrt hin sehr ruhige fahrt auch zurück also richtig angenehm und natürlich war ich auch wieder ein bisschen shoppen diesmal mal wieder keine animes sondern diesmal wieder ein bisschen bei mangas und büchern zugeschlagen und ja deswegen zeige ich euch einfach mal ganz kurz was ich alles so mitgenommen habe und zwar ja an der manga front einmal habe ich hier band nummer fünf von demon love spell und ich muss immer wieder sagen ich mag diese englischsprachigen mangas die sind erstmal sind sie ein bisschen größer als die bei uns rauskommen im taschenbuchformat und ich weiß nicht irgendwie sind die schön also und die sind alle hier vom shoujo beat verlag nennt sich der wie gesagt einmal band fünf von demon love spell und band sechs und ja damit ist dieser manga dann noch abgeschlossen hier steht auch drauf fahrende volume also demon love spell sechs bände und damit ist die geschichte dann auch zu ende ja dann gibt es dämonisch weiter nämlich mit band fünf von the demon prince of momochi house ich glaube ich habe schon mal erwähnt den manga gibt es auch auf deutsch da heißt aber glaube ich nur demon prince ohne das momochi aus aber ja wie gesagt band fünf davon einen weiteren band fünf und zwar von dem manga kiss of the rose princess der glaube ich wird auch noch ein bisschen weitergehen ich habe da im regal glaube bis band 7 oder band 8 habe ich stehen sehen der nächste manga ja da muss ich noch der ist zwar schon komplett erschienen aber das wird auch noch ein bisschen dauern ich glaube er geht bis band 18 ich bin mir jetzt nicht sicher oder noch länger auf jeden fall so irgendwo um den dreh und zwar ist das band 4 von uran high school host club ich habe den anime dazu ja auch den muss ich endlich mal gucken mir gerade ein ja und noch einen manga nämlich band 4 von kamisamakis kamisamakis gibt es ja auch bei uns auf deutsch und ja der ist glaube ich noch lange nicht zu ende da habe ich viele bände noch im regal stehen sehen aber macht ja nichts ja das war es an der manga front dann habe ich auch noch ein paar bücher mitgenommen und zwar habe ich gefunden band 2 von joshiki tanaka legend of galactic heroes ambition also auf englisch ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob diese romane jemals auf deutsch erscheinen werden also es ist schon ein wunder dass sie auf englisch jetzt endlich erscheinen und ja wie gesagt das ist band 2 falls ihr den anime dazu nicht kennt wenn ihr ein bisschen science fiction interessiert seid guckt auf jeden fall in den anime rein sehr sehr klasse dann ja ein weiterer band 2 und zwar die nachfolge zu gail carriages the parasol protectorate die bücher in denen es nämlich um ihre tochter prudence geht und das ist man zwei in prudence das läuft unter der serie ja bekastert protocol und das ist band 2 jetzt endlich erschienen ich habe an 1 wo auch immer noch nicht gelesen aber ich gehöre zu der suche ich kann bis zu der sorte ich kaufe mir auch dann noch noch und auch dann schon neue bücher wenn ich noch gar nicht fertig bin die alten zu lesen ist schlimm ja und das hier ist ein kleiner spontan kauf ich gesehen habe so erstes buch in einer neuen serie und es hat so ein bisschen mit hexerei zu tun und sowas mag ich immer gerne und zwar ja die reihe heißt der magical bakery mystery also eine magische bäckerei mystery geschichte brownies and broomsticks ja ich bin gespannt wie das ist ich kenne ja schon die ich habe ja schon einige bände aus der reihe witchcraft mysteries von juliet blackwell da bin ich zwar noch nicht ganz durch aber und davon habe ich gesehen davon standen auch schon in die sechs bände im regal also die reihe ist wohl auch schon etwas fortgeschritten und ich mag sowas also einfach mal so romane die man einfach mal so schön weg lesen kann ich weiß nicht ob es so wahnsinnig tiefgehend ist aber es hat immer ein bisschen was mit magie und hexerei zu tun und das mag ich sehr sehr gerne ja so viel zu den büchern dann habe ich mir aber tatsächlich noch eine dvd mitgenommen allerdings nichts anime sondern noch eine klassik doktor episode die an der water menace ja und zwar eine ziemlich üble story sein aber in sachen doktor bin ich halt komplett ist und möchte halt alles was irgendwie auf dvd veröffentlicht ist gerne haben und deswegen habe ich die hier mitgenommen und dann habe ich noch etwas und zwar lange überlegt mir endlich mal auch sowas zuzulegen ihr kennt ja diese malbücher für erwachsene gibt es ja mittlerweile hundertfach tausendfach und ich habe lange überlegt mir davon auch mal eins zuzulegen das problem bei mir ist dass viele davon habe ich dann auch schon mal so durchgeblättert fand die zeichnung denn aber nicht so ja nicht so gut gemacht oder auch nicht so dolle oder jetzt einfach auch nicht so anspruchsvoll oder ansprechen jetzt zum ausmalen und habe jetzt hier allerdings dann auch in meinem lieblings buchladen eins gefunden was mir sehr entgegenkommt mal alles im wunderland an und ja ich muss sagen ich nur mal so als beispiel ich finde die bilder hier drin einfach sehr sehr schön weil da sind so viele details drin und dass man da glaube ich echt lange 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 mit beschäftigt ist allein wenn man sich das hier anguckt und es ist halt alles im wunderland und ich stehe total auf alles im wunderland und deswegen ja fand ich war das eine ganz ganz gute idee das mitzunehmen die hätten auch wahnsinnig viele andere da game of thrones natürlich und haben was hatten sie noch nach mir und es gibt sogar schon es gibt zu star wars zu star trek gibt es welche natürlich gab es auch welche zu doktor wo es gibt auch sogar zu firefly beziehungsweise serenity wenn das jemand kennt noch gibt es solche malbücher und zu geschirmen und das biest und die schneekönigin und schieß mich tot aber das alles im wunderland fand ich schön es gab auch noch ein anderes mit den originalillustrationen aus der ersten ausgabe vom buch aber das ehrlich gesagt fand ich schöner ja ansonsten ich war auch noch mal ein tolles was es gab ein bisschen was neues dort in sachen monster high aber halt wer die neuen puppen die ich ehrlich gesagt auch nicht so dolle finde und andererseits auch sagen muss dass die auch ganz schön teuer waren also für die ausstattung eine die einigermaßen halt interessant gewesen wäre ist diese neue sammler edition speziell für erwachsene sammler von es gelieter gewesen aber die sollte fast 600 schwedische kronen kosten also fast über 70 euro und das war mir dann einfach doch ein bisschen zu teuer obwohl ich sagen muss sie sieht wunder wunder hübsch aus aber ich habe da mal geguckt und hier bei amazon zum beispiel kriegt man sich für 46 euro also das ist ein ein bisschen teuer und auch sonst ja gut er war auf daher gibt es da oben gar nichts mehr also das scheint da oben wahrscheinlich wirklich nicht so der renner gewesen zu sein und von monster high gibt es halt eben auch nur diese neuen sachen halt ja und dann so halt das übliche diese ganzen my little pony diese wie heißt das equestrian girls oder so also die ponies in menschengestalt wobei ich da sagen muss ich finde dass die puppen irgendwie sie sehen es mich billig gemacht aus es ist zwar von hasbro aber da bin ich so von früher ich hatte auch sachen von hasbro da bin ich eigentlich bessere qualität gewohnt also das sieht alles nicht so spektakulär mehr aus dann ja was gab es da halt noch ja rings puppen massenhaft die auch irgendwie die natürlich auch toll aussehen aber ich habe leider null ahnung von links ich habe es nie gesehen ja asche auf mein haupt aber ich kenne mich da halt einfach nicht aus und ich kaufe halt nichts von irgendwelchen sachen die ich wirklich überhaupt nicht kenne und dann gab es von ist das von war das jetzt von disney oder ich bin mir nicht sicher auf jeden fall war so ein ganzes regal damit voll so wie nennt sich die noch starlings oder irgendwie so irgendwas mit sechs charaktere die irgendwie ja wünsche erfüllen und irgendwie sowas aber auch da muss ich sagen ich fand die puppen recht ganz schön teuer also jede für fast 35 40 euro und und die gab es halt auch in zwei verschiedenen versionen so quasi als basisversion und dann irgendwie als band version mit instrumenten halt aber auch da muss ich sagen bei der basisversion war wirklich überhaupt nichts weiter das ist also nur die puppe drin kein kein ständer keine accessoires keine haarbürste gar nichts und dafür fast 40 euro für eine puppe bezahlen und weiß ich nicht und die sandung die sich dann hier auch ein bisschen merkwürdig aus also keine ahnung was es damit auf sich hat aber ja ansonsten war alles da oben natürlich auch für halloween dekoriert ich möchte ehrlich gesagt auch mal gerne wissen dann hat sich dieser feiertag eigentlich hier bei uns eingeschlichen irgendwie merkwürdig auf jeden fall war der ganze eingangsbereich war für halloween dekoriert naja wer es mag ich weiß nicht ich kann dem ganzen nicht so richtig viel abgewinnen wahrscheinlich ist es einfach cooler wenn man jetzt zum beispiel drüben in den usa ist wo das ja wirklich ein großes wo das ja wirklich großer aufriss ist und wo dann halt auch alle dabei irgendwie mitmachen dann ist das wahrscheinlich was anderes aber naja ich bin da nicht so der typ für ehrlich gesagt muss ich sagen und ja das war es eigentlich auch ansonsten war halt das üblich ja mein schatz war leider die ganze zeit halt am arbeiten und das ist halt immer ein bisschen blöd für dich von der allein unterwegs sein unterwegs bin wenn natürlich schöner das zu zweit machen könnten aber da das ja nun mal geschäftsreise ist geht das halt nicht anders ja gut bevor ich nur lange groß rumquatsche das war meine ausbeute für unsere reise im oktober nächsten monat geht es nicht nach schweden nächsten monat geht es ganz woanders hin nächsten monat sollen wir nämlich nach rom italien und wir dürfen fliegen ja ich muss dazu sagen ich bin noch nicht so versiert in sachen fliegen ich bin zweimal in meinem leben geflogen einmal nach schottland und einmal nach england und ja ich bin da noch nicht so dran gewöhnt gucken wir mal wie das wird und ja aber ich bin auf jeden fall schon mal gespannt darauf ich war zwar schon in italien in rom selber war ich aber noch nicht so mal schauen wie das wird und im weine im weihnachten im dezember zum weihnachtseinkauf quasi er geht es dann noch mal nach schweden nach göteburg und dann ist erst einmal auch ein bisschen ruhe weil dann sind ja auch schon feiertage und alles und ja und ich kann schon wieder weiter obwohl ich es eigentlich schon zu ende haben wollte das video ok ja genug geredet jetzt das war meine shopping ausbeute ja wenn ihr irgendwelche fragen kommentare habt wisst ihr wo die hingehören und ja schön dass ich wieder bei euch bin und ich sage mal wir sehen uns dann im nächsten video und bis dahin macht's gut meine lieben bis dann erstmal